Guten Tag! Ähm, ja, also... Wahrscheinlich werdet's schon sehen, ich bin nicht mehr auf Woon VLive. Ich bin jetzt wieder auf GS. Egal, also, naja. Der Grund, wieso ich wieder hier bin, ist, weil... weiß ich nicht, aber ich glaub, den Surfer gibt's gar nicht mehr. Woon irgendwie, keine Ahnung. Also, naja, ich bleib auf GS. Auf jeden Fall, also, ich bin jetzt immer noch der beste Surfer von allen. Wo ich bisher war. Ich war schon auf Nova VLive, aber da hab ich nie aufgenommen und so. Und, ja... Also, hab jetzt keinen Plan, was ich jetzt machen soll, oder so. Aber, Ding, wir werden einfach mal heut was Kleines machen, denke ich. Wir werden jetzt mal was schauen. Machen wir mal ein kleines Event heute nicht. Ding, ähm... Ich schnapp jetzt, ey, so ein Helikopterflieger kurz. Kurz so... Oh, soll ich grad ausmachen? Mal, also, kurz die Mods noch aktivieren. Von... Ding, äh, von Inferno schnell. Ähm... Aktivieren. Okay. Wir machen jetzt so, ich fahr zu... Ding... Wir fahren jetzt mal zum... mal kurz irgendwo hin. Und zwar würde ich sagen, wir fahren mal... ...nach... 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 ...schnell und... ...bügig. Der Bi-Hbis... ...wurde... ...wegen Heiß-Ping. Und, jo... Hier sieht der Centorno eigentlich ein Inferno, aber durch den Mod... ...ist halt ein Centorno. Hey... Hi... ...die Kopfkiller hat, die... Dann mach mal so, ich fahr jetzt zum Flugkaufen der LV... ...und dann verstecke ich mich, dann... ...sag ich so... ...wer mich findet, bekommt 200.000... Also 200k... ...mach ich jetzt mal so... ...fahr doch so hin... ...und dann mach ich... ...und da hat das ja hingemacht... ...so jetzt bin ich hier... ...schaue ich kurz... ...wo ich... ...wo man sich entweder gut verstecken kann... ...warte, wir werden ja... Vielen Dank. 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 Ja, zocker Nick, ich bin gerade dabei. Was wahrscheinlich gerade sehen wird es bald dann. Bin gerade dabei. Ja, so soll das wieder mal wieder was? Vergessen abzureden. Und hier. Ah, content machen. News. News. machen welche mit. Welche mit. Okay. 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 Oh, nicht mehr vergessen. Scheiße, Mann. Ich werde jetzt mal das reden. Sorry. Okay. Yo, Leute. Ich werde jetzt mal das reden. Das ist gerade langweilig. Da kommt einer. Wer ist das? Ich werde jetzt mal das reden. 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 Ja. Ich werde jetzt mal das reden. 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 Ich hoffe, es hat euch eine kleine Folge gefallen. Ja. ich werde jetzt mal das reden. 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 zum Schluss. Ab ins Meer mit uns. Juhu. Yay. Bis dann, Leute.